Das ist so gemein! Er kann sich billig einheiten bauen, die meine Zerstörer so schnell zerstören können. Ach, das sind die Mini-U-Boote. Ich finde die auch minimal unfair. Zentrale, bitte melden. Sie lauten unser Befehl. Empfange Sie laut und deutlich. Aktivieren da drauf. Das macht er nicht. Feindlicher Witzpunkt entdeckt. Du musst noch die Vorhinein entdecken. Oh, nicht schon wieder! Lass mich doch einmal eine kleine Flotte aufbauen. Der kommt ständig mit den U-Booten. Die zählen auf uns Jungs. Ich raste da natürlich immer in meine Zerstörer rein. Ich habe gar nicht die Chance, eine Flotte aufzubauen. Das war nur ein kleiner Test. Jetzt werde ich nicht mehr so gnädig sein. Wird gebaut. Unzureichender Mittel. Feindliches Kommando geortet. Bau abgeschlossen. Vieles Mal ein Ziel. Weiß ich kommt nicht um die. Ich hoffe, das hat was geholfen. Ich habe hier gar nicht die Chance, eine Flotte aufzubauen, wenn die dauernd ankommen. ständig in meine Schiffe reingefahren. Wie viel hat der denn von denen? Ich glaube, das ist keine gute Mission für mich. Vor allem, weil ich die Farine der Alliierten nicht mag. Mit den Sowjets kommst du da besser klar, oder? Ja. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Unser Stiftfrau wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Jetzt habe ich auch unzureichende Mittel erreicht. Jetzt erst. Ich will da nicht hingucken. Ich will auch was sinnvolles machen. Hm. Das ist die tolle, äh... Hier. Die... Die tolle Landflotte. Ich habe ihm mal seine ganzen Schuch- und Schlachtschiffe auseinandergenommen. Mit einer Chronosphäre. Also verloren. Was können wir für Sie tun, Sir? Feindliches Kommando geortet. Ich gehöre Ihnen. Die machen keinen Ärger mehr. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ja, natürlich können das seine... Natürlich können die das auch. Und eine Kamikasta-Attacke. Oh, du hast die Docks kaputt gemacht. Sehr schön. Ja. Und das andere Sinnvolle... Das konnte ich gerade nicht machen. Wenn erstelle ich meine komplette Flotte zerstört wird. Ich gehöre Ihnen. Unser verbindeter wird angegriffen. Ich gehöre Ihnen. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ich bin gar nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht nervös, was sich EA damit gedacht hat. Mit den Wittes-Mini-Gruppen. Gar nichts. Empfange Sie laut und deutlich. Lasst uns irgendwelche kleinen Umboote ins Spiel einbauen, die kaum was kosten und äh... ... äh... ... Verstörer innerhalb von Sekunden pulverisieren können. Ja, das Problem von meiner Haustür hätte ich damit mehr oder weniger erledigt. Was denn? Du hast so viele Athena-Kanonen, damit kann ich jetzt so offensiv gehen können, das ist... Ja. Die habe ich in der Zwischenzeit aufgebaut, während ich ihn bombardiert habe. Die sind danach für Prinz Tatsu geplant. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ich höre, alles ist gut. Centering ist wieder in Ordnung. Ich höre. Komm auch mit den Reparieren nichts da hinterher. Voller Satellitenzugriff. Mit verkehrtlicher Infektrator geordnet, eine Einheit wird angegriffen. Da vermisse ich ja ein bisschen die, äh, die Reparatur von so einem richtigen Reparatur, also die, keine Ahnung, von so einem Reparatur-Satell, von Alarm-Büro 2. Die war nämlich stärker oder besser. Schneller vor allem. Und jetzt, hat er noch, hat er noch Ding hier, wie heißt es, äh, Werft, werft er. Nicht, dass ich es wüsste. Also ich räume ihm hier gerade die restliche Basis da drin noch auf. Ey, jetzt kann ich auch mal was machen. Wenn du das nicht schon alles machst, dann verstöre ich ihn die Kanonen nach vorne. Welche Kanonen meinst du jetzt genau? Achso, ja, ja, gut, die kannst du zerstören, die stören mich nicht sonderlich. So. Hier ist er trotzdem zerstören. Oh, macht mir. Was für eine Einheit habe ich hier schon wieder dran, oder? Es wird Zeit, oder? Zentrale bitte melden. Festhalten, Jungs. Soll ich mich jetzt in die kleine Planänderung? Er hat hier in der Gruppe. Das geht's doch. Wir fangen Sie laut und deutlich. Einheit verloren. Feuerbefehle, Teilchen zu machen. Angreifen. Aundlicher Stützpunkt entdeckt. Ich gehöre, ich wundere, wir haben uns gemacht. Was? Ach, da hat er noch ein paar Jocks. Eben, wir haben was verdient. Eigentliche Entfektor beortet, wir wählen. Warte, noch drauf. Nein, du. Position wählen. Ziel wählen. Unser Stützpunkt hat uns angegriffen. Ja, mein Freund. Alles ist gut, was getan werden muss. Wir fangen Sie laut und deutlich. Wenn die hier weg sind, man sollte keine Möglichkeit mehr haben, Seeeinheiten zu produzieren, außer weil da hinten hat er noch mehr nervt. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt habe ich es nicht gefallen, dass der Sie laut deiner Stützpunkt etwas Chalenton hätte. Atena-Kanone. IFV erwartet Befehle. Herr Mürfi-Jungs! IFV erwartet Befehle. Schieben wir den Freunden in die Steinzeit. Wie geht es Ihnen, Sir? Sofort! IFV erwartet Befehle. Schieben wir den Freunden in die Steinzeit. Empfangen Sie laut und deutlich. IFV erwartet Befehle. Schieben wir den Freunden in die Steinzeit. Sind Sie zu, was getan werden muss? Bombenklappen prüfen. IFV erwartet Befehle. Eine Einheit wird angegriffen. IFV erwartet Befehle. IFV erwartet Befehle. IFV erwartet Befehle. Wird gebaut. Schieben wir den Freunden in die Steinzeit. IFV erwartet Befehle. Wird gebaut. Schießen wir den Pfeil in die Steilung. Bock mal noch. Hey Mann, wie geht's? Die Lieblingsverbindung initialisiert. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Füße in die Steilung. Ratellitenüberwachung bereit. Bau abgeschlossen. Sagen sie was zu tun ist. Ganz ihrer Meinung. Okay. Daran liegt's okay. Apollo Jäger kampfbereit. Prospektor einsatzbereit. Ziel wählen. Feindliche Einheiten entdeckt. Erwarte Befehle. Schieß sie in Stücke. Ihr Wunsch ist uns wichtig. Abschusssequenz vorbereiten. Zentrale bitte melden. Wir tun was getan werden muss. Century hier. Ich bin ganz or. Festhalten Jungs. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin soweit. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das Kaiserliche Roboterlabor liegt in Trümmern. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich bin ganz or. Einheit verloren. Schuss. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Mach sie alle, Jungs! Sind unterwegs, Sir. Wie lautet Ihr Befehl? Wir sind bereit. So gut wie erledigt. Feindliche Einheiten entdeckt. Peacekeeper, bereit. Aufhält, einsatzbereit. Verwindung stehen. Hinten, rück vor. Fehl noch, Jungs. Wird gebaut. Zentrale bitte melden. Geben wir Ihnen was verdienen. Cryostrahl bereit. Lade nach, bitte raus. Wie kann ich helfen? Geben Sie uns ein Ziel. Ein Moment, da. Sicher. Aktualisieren Position. Eine Einheit wird angegriffen. Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das Reich entmachtet. Das ist... Das ist so fantastisch. Ich bin sehr stolz auf Sie. Ich meine... Ich bin geehrt, dass ich bei diesem großen Sieg dabei sein durfte. Ich bin sehr unerfolgreich. Waren die Sex-Centry-Bombe schon ausreichend, dass das Ding kaputt gegangen ist. Welches Ding? Ja, das letzte Hauptziel. Der Palast-Dingens da. Ich habe da einfach mal noch Sex-Centries hingeschickt, so nach dem Motto, ja, vielleicht reicht es ja. Also ich muss mal ganz dringend tun. Okay. Ich mache da eine ganz kurze Aufnahmepause. Ich mache da eine ganz kurze Aufnahmepause.